Q-Day. Das ist der Tag, an dem Quantencomputer leistungsfähig genug sein werden, um aktuelle Verschlüsselungsmethoden zu brechen. Das würde bedeuten, dass viele der heutigen Sicherheitsprotokolle, die das Internet, Online-Banking, sichere Kommunikation und andere wichtige Systeme schützen, plötzlich unsicher werden. Dieser Tag markiert also einen potenziellen Wendepunkt in der Cybersicherheit, da herkömmliche kryptografische Verfahren dann obsolet werden und massive Sicherheitslücken entstehen könnten. Obwohl viele Experten davon ausgehen, dass der Q-Day noch in ferner Zukunft liegt, stellen Quantencomputer aus meiner Sicht bereits heute eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Warum das so ist, erkläre ich dir in diesem Video. Mit Verschlüsselung ist es möglich, sicher über einen unsicheren Kanal zu kommunizieren. Was ist ein unsicherer Kanal? Nun, alle Kanäle, bei denen der Feind mithören könnte. Wenn du beispielsweise eine WhatsApp-, Signal- oder Threema-Nachricht an einen deiner Kontakte versendest, dann passiert sie von dir bis zum beabsichtigten Ziel mehrere Stationen, wie etwa die Kommunikationsserver von Meta. All das sind unsichere Kanäle, vor denen man sich durch eine sichere Verschlüsselung schützen kann. Doch wie kann der Schlüssel zwischen den einzelnen Kommunikationspartnern sicher ausgetauscht werden? Schließlich muss dem Empfänger der Schlüssel bekannt sein, um Nachrichten, die er empfängt, entschlüsseln und Nachrichten, die er versendet, verschlüsseln zu können. Das ist das sogenannte Schlüssel-Austausch-Problem. Wie kann man dieses Problem lösen? Der Sender kann dem Empfänger den Schlüssel natürlich nicht einfach über den unsicheren Kanal zuschicken. Wird der Kommunikationskanal nämlich abgehört, dann hätte der Angreifer den Schlüssel und kann dann als Man in the Middle die Kommunikation abhören und sogar manipulieren. Eine gängige Lösung besteht darin, den Schlüssel des symmetrischen Verfahrens mithilfe eines asymmetrischen Verfahrens zu verschlüsseln. Diese Vorgehensweise bezeichnet man auch als hybrides Verschlüsselungsverfahren. Ein asymmetrisches Verfahren fußt auf einem Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel, die mathematisch miteinander verbunden sind. Die öffentlichen Schlüssel werden gemeinsam auf einem Keyserver gespeichert. Machen wir uns das am besten mal an einem Beispiel klar. Flo möchte Pam eine Nachricht schicken. Seine Nachricht wird bei ihm direkt verschlüsselt und erst bei Pam wieder entschlüsselt. Dazwischen liegen die Nachrichten niemals unverschlüsselt vor. Jeder Kommunikationsteilnehmer besitzt ein Schlüsselpaar, das aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel besteht. Bevor Flo die Nachricht abschicken kann, wird sie mit dem öffentlichen Schlüssel von Pam verschlüsselt. Flo sendet dann die Nachricht an Pam. Soweit Pam die Nachricht erhalten hat, kann sie und nur sie mit ihrem privaten Schlüssel, der auf dem Gerät gespeichert ist, die Nachricht wieder entschlüsseln. Auf dem gesamten Weg von Flo zu Pam kann niemand die Nachricht entschlüsseln, da nur Pam den privaten Schlüssel besitzt. Wenn Pam Flo antworten möchte, dann wird ihre Nachricht bereits bei ihr mit dem öffentlichen Schlüssel von Flo verschlüsselt und danach auf den Weg geschickt. Flo und nur Flo kann dann Pams Antwort mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln. Eine bekannte asymmetrische Verschlüsselungstechnik ist das RSA-Verfahren. Dieses taucht in sehr vielen Kontexten und Protokollen wie TLS, SSH, diverse VPNs, IPsec und so weiter auf. Die Sicherheit vom RSA-Verfahren basiert auf der Schwierigkeit, große Zahlen zu faktorisieren, was für klassische Computer rechnerisch sehr schwierig sein kann. Mit dem von Peter Shaw entwickelten und nach ihm benannten Shaw-Algorithmus kann man mit einem Quantencomputer, der über eine ausreichende Anzahl an Qubits verfügt, eine sehr große Zahl in ihre Primfaktoren zerlegen. Auch solche, bei denen das mit bekannten Primfaktor-Zerlegungsalgorithmen auf klassischen Computern nicht in absehbarer Zeit möglich wäre. Wenn dich die Theorie zum RSA-Verfahren interessiert, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Das, was du hier siehst, ist ein Quantenscheidkreis, der eine mathematische Beschreibung und gleichzeitig einen Bauplan für die Implementierung auf einem Quantencomputer darstellt. In meinem Kurs zu Post-Quanten-Kryptographie werden wir diesen Quantenscheidkreis im Detail besprechen und ihn sogar auf einem echten Quantencomputer implementieren. Der Algorithmus von Shaw ist übrigens so populär, dass er es sogar in die Serie Stargate Universe geschafft hat, wie man an der folgenden Szene sieht. Okay, wer kann mir sagen, die Signifikanz von Shaw's Algorithmen? Es ist ein Quantenalgorithm, der für Integerfaktorisierung benutzt. Es ist wichtig, weil es in Theorie benutzt wird, um das öffentliche Kryptographie-Schema zu verbrechen, wie RSA. RSA ist, basiert auf der Ersatzung, dass die Faktoren-Regulationen komputationlich unfeasible ist. Diese Ersatzung ist für klassische Computer, kein klassischer Algorithm, der in polynomial Zeit faktoren kann. Okay, auch wenn die Produzenten einfach nur den Wikipedia-Artikel zu diesem Thema wiedergekeult haben, ist in dieser Szene das Grundproblem sehr gut beschrieben. Klassische Computer haben Probleme bei der Faktorisierung großer Primzahlen, doch mit einem Quantencomputer, der über eine ausreichende Anzahl an Qubits verfügt, kann die Primfaktorzerlegung wesentlich schneller erfolgen, und zwar so viel schneller, dass wir nicht mehr von Jahrhunderten an Rechenzeit sprechen, sondern von einem sehr, sehr viel kürzeren Zeitraum. Und deshalb müssen wir uns bereits jetzt Gedanken über Post-Quanten-Algorithme machen, mit denen wir uns vor Angreifern, die über Quantencomputer verfügen, schützen können. Und das besser gestern, denn mit jedem Tag, der verstreicht, sind unsere bis dahin wohlgehüteten Geheimnisse einer sehr großen Gefahr ausgesetzt. Wie das? Nun, dafür ist der Angriffsvektor Harvest Now, Decrypt Later verantwortlich. Der Harvest Now, Decrypt Later Angriff, kurz HNDL Attack, ist eine schon heute real existierende Bedrohung im Bereich der Quantenkryptographie und bezieht sich auf eine Strategie, bei der ein Angreifer heute verschlüsselte Daten sammelt, Harvest Now, und diese zu einem späteren Zeitpunkt entschlüsselt, sobald er über leistungsfähige Quantencomputer verfügt. Das ist dann der Decrypt Later Part. Der Angriff läuft in drei Stufen ab. Harvesting. Der Angreifer sammelt und speichert heute verschlüsselte Kommunikationsdaten. Diese Verschlüsselungen basieren typischerweise auf asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, wie dem RSA. Zeigte man beispielsweise eine vollständige Session inklusive des öffentlichen Schlüsselaustauschs auf, dann könnte man, wenn man den RSA knacken kann, auch die entsprechenden privaten Schlüssel bekommen, damit den Session Key, der ja symmetrisch ist, entschlüsseln und dann die gesamte Kommunikation nachverfolgen. Ein garantierter Replay-Angriff, wenn man so möchte. Da die Verfahren, die wir heute verwenden, derzeit noch als sicher gelten und nur mit extremem Rechenaufwand durch klassische Computer gebrochen werden können, sind die gesammelten Daten vorerst sicher. Der Angreifer speichert jedoch alle erfassten verschlüsselten Daten, in der Hoffnung, sie später entschlüsseln zu können. Later Decryption. Sobald leistungsfähige Quantencomputer zur Verfügung stehen, kann der Angreifer die zuvor gesammelten und gespeicherten verschlüsselten Daten entschlüsseln und auf die eigentlich sicher geglaubten Geheimnisse zugreifen. Bei den 29 Petabyte an Daten, mit denen es die NSA täglich zu tun hat, würde es mich nicht wundern, wenn dort nicht auch Daten für einen HNDL-Angriff gespeichert werden. Doch wie kann man sich bereits heute vor den Angriffen von morgen schützen? Die Lösung lautet Postquanden-Kryptografie, zu der ich im Wintersemester 2024-2025 übrigens auch einen Kurs halte. Der Übergang zur Postquanden-Kryptografie ist ein komplexer und ressourcenintensiver Prozess, aber er ist unerlässlich, um die langfristige Sicherheit verschlüsselter Daten zu gewährleisten. Organisationen, die eine frühe Einführung anstreben, werden jedoch feststellen, dass offene Standards noch nicht verfügbar sind, was bedeutet, dass sie erheblich in die Entwicklung eigener proprietärer Lösungen investieren müssen. Ein Übergang zu hybriden Kryptosystemen, die sowohl klassische als auch postquantensichere Algorithmen kombinieren, könnten als Übergangslösung dienen, bis postquantensichere Algorithmen vollständig implementiert sind. Niemand weiß genau, wann der Q-Day sein wird. Vielleicht haben bestimmte Organisationen ihn bereits erreicht und wir wissen einfach noch nichts davon. Am Q-Day könnten Angreifer in der Lage sein, verschlüsselte Daten, die bisher als sicher galten, zu entschlüsseln, was massive Auswirkungen auf die Sicherheit des Internets, die Vertraulichkeit von Finanztransaktionen, den Schutz von Regierungs- und Militärkommunikation und vieles mehr haben würde. Daher wird der Q-Day zu Recht als eine Bedrohung angesehen, vor der wir uns quasi nur durch die rechtzeitige Implementierung quantensicherer Verschlüsselungsmethoden schützen können. Und das lieber gestern als heute. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Hast du dich schon mit Postquanten-Kryptografie beschäftigt? Wann wird deiner Meinung nach der Q-Day sein? Schreib deine Antwort gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.